Wegen Baby-Tristan Thompson vernachlässigt seinen Sohn Die negativen Schlagzeilen um Tristan Thompson, 27, reißen einfach nicht ab. Der Basketballer und seine Freundin Chloe Kardashian, 33, konnten die ersten Tage mit ihrem gemeinsamen Bar-Bügel-Trün nicht so richtig genießen. Zu groß war der Wirbel um die Tatsache, dass der Sportler die Sozial-Media-Queen während ihrer Schwangerschaft betrogen haben soll. Nicht nur die Fans der TV-Beauty zweifeln daher an seinen Qualitäten als Lebenspartner, sondern auch berühmte Familie. Und auch als Vater scheint der 27-Jährige nicht gerade viel Verantwortung zu übernehmen. Zwar kümmert sich aktuell rührend um die Kleine, doch seinen Erstgeborenen scheint er angesichts des neuen Vaterglücks völlig zu vergessen. Aus einer früheren Beziehung mit seiner Ex hat der NBA-Star bereits den 17 Monate alten Sohn Prinze. Für ihn ist ein ziemlich abwesender Vater. Er zahlt zwar den Unterhalt, aber um die Erziehung muss sich komplett alleine kümmern, enthüllt nun ein Insider im Hollywood-Liefer-Interview. Ex-Freundin hat sich mittlerweile mit ihrem Schicksal abgefunden. Sie hat akzeptiert, dass es immer nur umgeht. Es ist wie ein großes Kind und daher erwartet sie auch nicht mehr von ihm, erklärt die Quelle weiter. Auch wurde von dem Basketballer hintergangen, der US-Amerikaner ließ die Schwangere für keine geringere als sitzen. Also, es ist wie ein gutes Kind. Also, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!